Für die Alte Macht ja, das ist ein Feind Feinde landen im Einsatzgeschützten Left Ich hab ihn Links Links ist down, links ist down, links ist down Noch, noch mal einer, dauer Noch einer, der letzte Nice, schlech dich, Mann, schlech dich, Mann, schlech dich, Mann Einer, knock Anderen hab ich auch Ganz links kommt noch einer auch Rechts, 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 rechts Links auch, links auch Ich hab rechts beide Links kommt noch einer Warte, ich kann mich selten Nein, hier ist noch Ja, keine Chance, ich hab Was ist denn das für eine Flugzone? Ich hätte mir gewünscht, dass sie noch ein bisschen weiter oben rechts ist, die Flugzone Das Garten nähert sich dir So ein Frechdachs Wenn der mal eine zweier Harry Kane haben möchte, hätt ich Auch einer, so Harry Kane ist die Harry? Naja, das ist der Harry Kane von Tottenham Der Harry Der Harry Harry Karner Ich hab mich auch schon öfters mal gefickt in FIFA Ja, das ist ja sehr ungelehm, fünf Sterne schon auf der Fuß und so Die laufen zum Wasser Schiff Rack Hab ihn Hab Boah, Digga, ich hab ihn aus Ich hab ihn in der Falk gesniped, Digga Boah, ist das ja eh Dreck hier, Brüge Schiff Rack Digga, ich hätt ihm so easy in Headshots hin Unten kommt einer Unten loscht wieder einer Team ausgelöscht Warum hab ich jetzt den Skin an? Den hab ich noch nicht mal ausgerüstet, Mann Schon wieder verbuggt Ne, jetzt bin ich auf einmal wie mein richtiger Skin Null Digga, das ist ja den Live-Mann Da ist noch einer vorm Haus, vorm Haus, vorm Haus Team ausgelöscht Team ausgelöscht, äh, das war jemand anders Da ist noch einer drin, Safe Call Ich geh hoch, ich geh hoch, ich komm von um Rufe Hinter mir, Alter, hinter mir Bomber Die RPK mit der Pistole Oder nicht, spiel mal EBR mit Pistole Aber das hat mich schon geile Rufe gemacht Beste da mit einer Beziehung zu sein Keine Ahnung, dass man nicht kaputzen muss Dass man nicht kochen muss, dass man nicht waschen muss Das kann hier aber nicht schreiben Gemeinsam mit dem Partner, schöne Momente toll Aber ganz ehrlich, wenn sie durchschwimmen wird Dann hätte ich schon gar keinen Bock auf die Alte Oder wenn sie so was auch immer das da ist Ist so, Alter, ja gut, aber Russell will ja sowieso noch kurz anversenken Und dann wieder abhauen Alter, wer sagt denn sowas? Schreiben, was ist wirklich schlecht? Ich so in Pünktlichkeit und schreib Das ist nicht gut, mein Lieber Soll ich schreiben, das stimmt natürlich Aber für die richtigen Personen Ich bin pünktlich Für die richtige Person Ja, ne Aus dem hätt's auch einfach schreiben können Im Bett Hätt's auch einfach schreiben können Shit mit dem Server Mein Gott, ey Das ist aber auch, weil wir immer auf die letzten Dreck-Server gematcht werden Du verlierst an Bode Ja, diese Lags, Junge Das Spiel ist so unflüssig Es spielt sich einfach wie ein 1995, Alter Alter Pfff Gegner, was für die hier liegt? Äh Ich bleib jetzt hier nicht stehen, wenn ich dich revival Du kannst zwar gucken, wenn du möchtest Äh, Gegner! Boah, Digga Genau das Sehr sieg gut auf deinen Scheunern Genau deswegen Flaugen ist einer Loll 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 Jetzt weiß ich was für eine Leute Mager Getötet von Mager Quark Matze Was? Wir haben schon wieder Peer 3 Fox Hat nicht gekillt In der Pre-Game-Lobby In der Echte Ja Warum macht der den Scheiß auf? Digga Warum hat er das Ding denn aufgemacht jetzt? Warum hat er das Ding denn aufgemacht jetzt? He Noll Ja, tut mir jetzt ein bisschen leid Was? Ich hab nur mit Ich hab nur mit Ich hab nicht Da sind sie mit gegen wir Ich hab nur mit Links, links Hier an dem Haus Ich hab nur mit Wo hinter dem Digga Mit welcher Waffe hol ich da bist? Welche Waffe ist das? Nein, meine Muni war ich Ja, woher die Reifen, die britschen und vorne durch die Kotflügel durch Auch ganz realistisch Digga, ist das schlecht gemacht Ach, komm, Alter Das ist ja wohl auch nur der Map, ja, geil Ich liebe es Ach, Mann Alter, aber wie lange, wie lange hat er mich denn um die Ecke noch gehüttert? Was ist das für ein Dreckspiel? Du warst einer der letzten 25 Der Feind hat uns geschlagen, aber wir kommen zurück Klar Klar Ich wusste jetzt nicht, wo ich Zug geverähmt habe Ihr habt Herz gekämpft Bitte, es steht doch in meinem Leben, ihr hört keinen Schritt Keinen Schritt Mann, da war doch mein Team-Mail Ach, das kannst du doch nicht ausdenken Dann kommt er wieder von hinten Natürlich Es ist so Entschuldigung, der ist ja nicht angezeigt Schaltet alle Ziele im Einsatzgebiet aus Dann springt einer rum Ich hoffe, die killen sich noch ein bisschen gegenseitig Nein Jawohl, Alter, endlich Oh Gott Oh Gott, ich war so am Ende Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da Macht's gut, haut doch rein Tschau Tschau Nein io